ja einen wunderschönen prächtigen herzlich willkommen bei espresso tycoon das kam mir am 7 juni raus sprich glaube ich dass es heute also am freitag hochgeladen wird oder ist wie auch immer haben es halt vor zwei tagen raus ich habe schon seit länge warum schirm gehabt ist ein typisches wirtschaftssimulator wo man eigenen kaffee kreieren kann irgendwie so was hat ich habe nichts angeschaut ich mag einfach solche simulationen gerade wenn es um wirtschaft einfach geht ja da würde ich sagen nicht so lange schnacken koppen nacken und dann fangen wir auch direkt an und zwar als allererstes natürlich meine lieblings habe grün hätte bisschen dunkler sein können aber ich glaube dass kann man kann man leider nicht ändern der name an sich espresso tycoon ja muss nicht sein das würde ich es presso nennen gucken wir mal was war hierfür symbole haben das sieht ja aus wie so ein bier ok also hier so ein bier krug alles klar alles klar ohne alles klar wo ja also ich habe auch die gegend ich gucke ob ich bisschen welche umschauen kann los angels genommen weil ich bin totaler ami fan also gerade in la da wollte ich schon immer mal hin aber ja keine ahnung ob es funktionieren würde aber wäre schon nice ui h dank da gibt es aber viele ich würde aber hier schon so ein becher nehmen gerade wegen espresso to go wo man was ist für achte oder die winter hier fenster das alles das ändert sich auch cool gar nicht mitbekommen oh ja top secret das ist meine lieblingsschrift war einer meiner lieblingsschriften glaube das nehme ich sogar ist das das gta schrift ich weiß gar nicht ist das die gta schrift nee ich glaube ich anders aus ne ach ich habe keine ahnung mehr schon was war das denn ach du heilige schriften arten gibt es denn hier bitte also entweder nämlich top secret das top secret sieht schon nice aus gerade hier wegen den strichen ja das passt so wenn wir pause also wir sind halt in la ist schon geil aus nur bis nur bis hierhin ja was ist das hier kann ich das hier noch kaufen oder was ist ja okay also fangen wir direkt mal an was ist das hier um zwei gold und bohnen zu halten verkaufe drei kaffee ich glaube dass es so ist wie hier ist michael ständchen bei den restaurant leitern um ein restaurant sage ich mal wahrscheinlich genau das gleiche gucken wir mal cappuccino hinzu hatte mich auch schon mal nein nein okay ich muss mal gucken milch aufschäumer cappuccino okay dann muss ich noch so milch ich weiß nicht was das kostet also hier ist ganz klar bohnen sowieso tassen brauche ich das heißt ich gehe erst mal da muss ich mitarbeiter besorgen wie habe ich jetzt schon mitarbeiter oder was ich nehme das billigste vom billigen sticht um vier stunden zwölf stunden zumal wäre die besser weil die ist vom kostenpunkt faktor so dass das naja kurz vor dem ende vom mittelfeld aber macht zwölft stundenschicht das alles kann ich ja trainieren das ist das problem also würde ich nehme ich die reinigungskraft ok hand handwerker sicherheitsdienst ja genau ich also ich spiele aus sandbox und da ist es so dass ich auch den dieb eingestellt habe sprich müssen als nächstes den hier noch mit einrichten so zeitplan genau da haut es nicht hin hier von 7 bis 19 uhr ja das sollte passen so dann musste ich einmal kaffee genau anwesend von erlaube die anwesend von tieren in la sind da viele ich weiß es nicht keine ahnung aber ich muss einmal kurz was nachgucken kaffee finanzen ganzen ganzen hier unter was also erst mal muss ich hier die kaffeesorten ich fange also ich fange auch wirklich nicht gleich mit dem teuersten an ich mache einmal das billigste vom billigen halt glaube ich dass ich auch kein keine ware habe ich bestelle mal dreimal das billig ding milch nehme ich auch dreimal waffelröllchen ach du heidi das muss ich gucken das ist wahrscheinlich dann eher im kaffee wenn ich selber tut hat mache jungs mit locker simple tassen muss erst mal im spiel reinkommen das ist das wichtigste für mich marketing aber das kann ich alles noch nicht machen weil da brauche ich zwei bohnen dinger da ok mitarbeiter zeitplan wo kann ich mir denn ach ja das muss ich glaube ich hier ach so ah ok der hat kein milch auf schäumer ich dann müsste ich den hier nehmen das ist der perfekte für 29 kann ich denn nix an ok warte mal heißt das dass das kaufen ach so dass ach für spielpunkte ah ok das lasse ich erst mal das ist mein eigenes genau ja ein kaffee kreieren das werde ich auf jeden fall machen oh falsch das werde ich auf jeden fall machen war da eigentlich dachte man könnte noch ein bisschen mehr machen oh hier brauchst du aber den kaufel shop geschaffen ja ist logisch ähm kaffee maschinen weiß ich ob ich den erstmal so lassen soll reparieren müsste ich den auch ah ok 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 mitarbeiter handwerker keine angestellte gefunden das ist ja klar ähm ich weiß gar nicht ob ich dann irgendwie mehrere maschinen hier aufstellen könnte wenn ich jetzt mehr mitarbeiter habe das wäre erst mal gut zu wissen aber als erstes muss ich kurz gucken ja der braucht milch auf schäumer wasserfilter milch hatte markiert heute ihr problem ist bei solatte markiert und cola kriegt richtig durst wieder auf verdammt so also kaffeeboden das habe ich ja bestellt milch habe ich auch bestellt ja dann machen wir eins er braucht sowieso milch auf schäumer flat white das lasse ich noch weil da brauche ich irgendwie wasserfilter ich kaufe jetzt einfach mal ein ist ja nicht so schlimm da habe ich jetzt einen mit milch auf schäumer so jetzt kommt erst mal ist die frage kaufen die das das weiß ich jetzt ich teste einmal aus ich will mal gucken ob die das kaufen also wenn das wenn das leer geht dann ist es bombe aber als allererstes brauchen wir tische so wir nehmen erstmal das billigste hier 120 80 aber kann doch wieder forschen ok ja ich mache das billige natürlich im grün so da will ich aber hier so richtig schön vom fenster wo ich hier passen dann so viel stühle hin zack 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 so dann einmal die stühle so sollte erreichen genau passt 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 so ok jetzt brauche ich noch ein bisschen deko stil punkte genau weil das ist hier so ein ding je mehr stil punkt ich habe umso höher ist dann ist es sage ich mal der geld multiplikator sprich ja das ist einfach mehr kohle für die noch auf gut deutsch also fußboden lampen stil punkte 2 gefällt lässig geschäftsleute ich will erst mal so lassen ich weiß nicht irgendwie ich weiß nicht ob das hier sinn machen würde ich mache erst mal so gemälde ach mäßig wächst jedes mal dass ich das mal mit der rechten maustaste hier mache ok darf nicht so viel verballern nicht dass dann irgendwann kein geld mehr habe und ja ich kann mir nichts holen ok also der stellplatte weit weg ach der also das war das symbol ok so jetzt kommt da erstmal die drohne weil ich brauche ja so gesehen erst mal meine utensilien ich sprühe mal das bisschen vor weil die braucht noch nicht arbeiten wenn er sowieso noch nichts da ist sowohl sind denn wie lange braucht er denn noch vorräte ok zwei minuten ok ist gleich da spricht bei kann sie anfangen also sie ist ja schon da aber aber jetzt richtig anfangen wo ist denn das ach da habe ich jetzt alles durch guck mal kurz habe ich habe ich habe ich perfekt kann sie jetzt anfangen öffnen so gucken war oder kommt noch was was habe ich da bestellt acht tassen ok ok so das war noch den ersten kunden ich spüre bisschen vorwärts beziehungsweise ich kann ja mal nachgucken das läuft noch weiter aber gott sei dank das läuft weiter ähm mitarbeiter aber da kann ich eher schulen wenn ich die bohne auf 2 habe ok ok so da komm mal rein ihr dachpappen da kommt da kommt der erste gast da kommt der erste der erste schlemel auch ein älter haar leider kann ich nicht so richtig ranzoomen glaube ich doch mit y ok ach die kaufen das tatsächlich croissant geil ähm kann ich irgendwie wo ist denn hier wie kann ich denn die preise für die croissants ändern next kann ich nicht ändern gerade dachte ich könnte irgendwie die preise für die croissants ändern er sagt mir nicht ich komme jetzt so wie ein croissant her die sollen jetzt hier kaffee kaufen und hier kein croissant scheiß ich bin hier kein fresh shop ich bin hier ein kaffee laden das ist nicht mein lieblingshafe der preis also ist sehr günstig dann schädig ich mich irgendwo jetzt nicht mein lieblingscafee ist ja was ist dein lieblingscafee du bauer sieben dollar nice ok die haben gesagt es ist billig ich mache mal so 10 cent teurer aber leider kann ich hier mein ähm meine croissant nicht ändern aber ist nicht so schlimm so das menü bietet keinen kaffee an denen ich bestellen würde ja welches willst du bestellen du vogel ja gut dafür ist ja auch das marketing da das habe ich noch nicht freigeschaltet dann sehe ich ja hier ähm wie anstagramm radio tv muss ich echt jetzt hier den flat wasserfilter was würde mir hier so ein wasserfilter kosten ähm vorräte ich lasse es einmal nebenbei laufen äh heiße schokolade was also das war das war doch okay einfacher wasserfilter da so sollte wasserfilter sollte dann da sein guck mal kurz vorräte da ist ja schon perfekt so dann knall ich hier noch mal ein flat white rein ja so wie glaube ich denn ok 3 also noch 2 müsste ich verkaufen dann komme ich zum nächsten ich bin ja kein croissant an ihr solltet einfach mal kaffee kaufen was ist denn das kann ich nicht hier mit 50 cent hier was verdienen aber es gefällt mir dass ich wirklich ein bisschen aufpassen muss deswegen bin ich froh nicht alles gleich rein gesammelt zu haben ich glaube ich habe jetzt zu viele tische gebaut ah heute möchte ich kein cappuccino es gibt leider nichts anderes für mich äh cappuccino zum mitnehmen und croissant emma green lässig auf solchen high heels laufen kann das ist echt ich weiß ja gar nicht wenn ich jetzt mehrere ist das denn hier ich weiß es nicht ob die hier mit mehreren leuten besetzt werden können ob jetzt wenn ich jetzt noch ein mitarbeiter hätte wie das dann ausschauen wird so kommt die nächste ui level up juhu sein kaffee den standard erreicht und mit zwei goldenen bohren ausgezeichnet zudem du erhältst außerdem eine u von 300 nice ähm wir waren von nun an und werden mehr aspekte ins geschäft bewerten um dir helfen jetzt solche mittelungen also mehr tages rabatte recherche schulung von mitarbeiter marketing genau so ähm recherche also immer gespannt guck mal kurz wo sehe ich ach ok 100 dollar das heißt wenn ich jetzt dekoration fortschritte recherche ne kann ich nicht nachgucken da die kunden ähm was mitarbeiter schulen was habe ich hier kinder haben nichts zu bestellen so ich guck mal kurz wo sehe ich denn zeitplan mitarbeiter kaffee jonen finanzen ja schon ich glaube das ist jetzt so gesehen nix das ist glaube ich dir für die forschung ah ok 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 alles klar jetzt habe ich das so aber wie mache ich das mit den kunden beziehungs warte mal ich guck mal kurz recherche wenn der fußbillen snacks lampen speziell schränke sonstigeres hier könnte ich eiscreme lattearten da so das heißt ich kann schon mal nebenbei die forschung laufen lassen marissa verbessert die fähigkeit kunst ja das da bin ich gerade dabei ne ich denke ich würde bei der recherche welche anderes machen ähm dekoration nein ich werde jetzt auf next gehen da mach mal auf snacks komplett ähm da mache ich mal bisschen runter ich gehe hier mal auf acht dafür mache ich den höher so weil ich brauche hier mehr kaffee geschichten als das andere so ich will auf jeden fall mal gucken wenn ich das geld und dann kaffee oder ausgang die geschichten zutaten der stadt ja ich werde das ja schon noch investieren im besseren boden als es ist ja ich habe also alles steht jetzt vom schlechten genommen aber wenn ich bedenke dass ich den laden komplett voll machen könnte boah ey das krass ist so teuer nur überlegen okay ein artikel erforscht perfekt blaubeereis blaubeereis ist die frage kann ich das ne wo packe ich das denn hin ich das denn raus oder muss ich ne hier ist es auch nicht ähm wo kriege ich das denn jetzt her kürzlich recherchiert genau eiscreme aber wo mache ich die denn sollte vielleicht auch mal ne warte mal hä karte art kaffee schichten toppings nein wo mache ich das mit der eiscreme wer bleibt dazu müssen sie da hocken hä haffe editor blaubeereis ich mache erstmal hier raus ich glaube warte mal wenn ich jetzt hier reingehe milch aufschäumer ne doch nicht okay das ist es nicht äh Espresso sirup creme nee kolder smoothie aber irgendwie muss ich das doch noch bisschen aufbauen Challah was ist denn was zum geiler ist das wie ein schaller eh was ist das denn es muss immer zum kunden zeigen einmal raus so aber wie zum kuckuck ich glaube das ist dann hier wahrscheinlich wenn ich mein kaffee mache ist es wahrscheinlich so ein topping ähm mein kaffee ich werde mal kurz austesten kaffee schichten kaltes heißes wasser eiswürfel milch milchschaumsirup da ah hier in einem kaffee was ah ich glaube das ist eher warte mal ähm mit welcher tasse würde ich denn hier so blaubeeis reinballern eigentlich in so einem großen glas ne naja mayonaise alles klar ähm muss ich da überhaupt ich weiß ich kenne mich da jetzt nicht so oder so mit barista aus ähm aber ich weiß gar nicht wenn ich jetzt blaubeer heißt da bekomme ich jetzt gar nicht aus mal guck kinder genau äh äh schokoladensirup ähm mit heiß ich habe keine ahnung ich muss ich ich weiß gerade ich habe eigentlich keinen blassen dunst ah ok warte mal ist es jetzt hier schwarz ne das hat nichts zu bedeuten ähm wieso ist das hier rot heiße milch mit heiß würfel ne äh da da muss ich was ist das denn goldpool goldpool ist das eine kaffeeart mit heiße wieso ist das hier rot oder passt die tasse die tassenform nicht ähm ich habe keine ahnung auch nicht auch nicht auch nicht frag mich warum das hier rot ist dann ist dann habe ich wahrscheinlich mal die falschen tassen hier noch glaube ja alles gut ich glaube nämlich ich muss sich hier mal recherche kaffee ne ne eiscreme sirup milch toppings ja der lader hat zu du bauer ha muss ich mal gucken wertung steigt ne schaum fenster kunden gehen wir hoch so ne recherche erstellen was erstellen neu hä was soll das denn sein achso hier marketing ja das ist was anderes gefällt trinken auch trinken auch respresso trinken auch cappuccino nachbarschaft war nicht ach hier ok oh gott flash mob alles klar muss gucken diese weise können kann ich verbessern der preis von latte ist ein bisschen hoch aber ich habe geschossen so wie kann ich wo ist der flash um sich hier irgendwie so ne ok boah ihr muss mal gucken wie das auch bisschen funkt ist ich muss mal nachschauen ähm gerade mit den kaffeesorten dadurch könnte ich hier ähm paar rezerte noch mit ergattern aber irgendwie vielleicht schalte ich noch irgendwie frei kann ja auch passieren ähm ich gucke mal kurz recherche hatte andere zarten wenig basis gleich basis ich weiß nicht ob da unter basis ausgleichen würde an sich basis ist ja glaube ich eigentlich hier ähm wenn ich das bestelle vorräte basis hier ja müllemann sorgen so ok jetzt muss ich nur gucken ähm also es ist gut dass es nicht so allzu gut läuft ne ich bin halt nur gespannt aber ich muss dann nochmal nachgucken inwieweit ich glaube ich muss auf jeden fall ich weiß eigentlich eine reinigungskraft entsorgt glaube ich hier nur den müll aber jetzt hier nicht hier am boden entsteht ja irgendwie schmutz nein entsteht kein schmutz w Iraq wir weiß nicht wasonto ist es us 15 dollar will alles klar ausgült nur ein st ment ich kann auch mit schalte alles hier finanzieren ist kein problem wenn wie lange dauerte tryn 20 prozent jahr also ich bin so gucken also spielt habe ich schon irgendwie interesse noch mehr zu machen also scheint was auch gutes zu werden und ja da würde ich sagen bedanke mich fürs dabei sein schreibt man gerne kommentare ihr zum was ihr zum spiel meint dann habe ich gar nichts bescheuert dann möchte es was anderes für mich okay also ich muss auf jeden fall demnächst rezepte machen da muss ich mal schauen weil ihr tipps dafür rezepte wie wo was gerne kommentare schreiben oder vielleicht bestimmte vorschläge was ich eine rezeptur machen soll dann gucke ich mal ob das wirkt und fruchtet dann kann jetzt mal zu kleistern und ja dann würde ich sagen bedanke mich fürs dabei sein wünsche euch einen wunderschönen prächtigen und sage jetzt schön mit euer keule ciao